Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute ist das Halloween Special. Haben wir heute ein Programm geplant und zwar Pizza machen, Popcorn machen, Food Snacks vorbereiten. Und dann machen wir heute einen Filmeabend. Ich nehme euch mit. Ja, Mikro habe ich gerade noch nicht dran. Die Pizza kommt aber aus meinem kleinen Bucket. Zeige ich euch jetzt mal, was wir alles haben. Einmal schon mal geöffnet, diese Chips, diese Chips und einmal Popcorn und das war's schon. Und zwar für die Pizza haben wir unter anderem auch das hier. Das hier. Den. Wir werden eine Seite mit Fisch machen. Also dafür nehme ich dann nur ein paar Teile davon. Die mache ich dann klein. Einfach nur mal, um es auszuprobieren. Dann werden wir einen Teil machen mit Döner. Leider habe ich keine Salami mehr bekommen, aber naja, egal. Und dann ist mein Plan noch, den Käse hauptsächlich drauf zu machen. Erst ein bisschen und dann später nochmal mehr, dass es auch halbwegs knusprig wird oder irgendwie so. Der Pizzateig. Da wir ja keine normale Pizza machen, musste ich jetzt irgendwie die Form hier reinkriegen. Oh, wir machen Käserand. Freifeld-Move. Die sind so schon, aber das wird er angeht. Die Leute, die hat sich hier mal einschlafen. Die Leute, die haben gerade dabei ist, bekommen. Mir ist wirklich zwischendurch der Anfang ein Käse flattern, weil sie kommt für schon ein paar Gründen mehr locker machen. Das ist nur mal. Mist. Ich würde nicht neutral im Zehmarkt machen, wenn wir müssen. Aber... Zack. Zack. Sieht doch sehr süß aus. Die kommt jetzt so, wie die ist, in den Ofen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns danach wieder. Ist aber mit dem Fischgeschmack auch sehr lecker, also würde man jetzt eine ganze Pizza damit voll machen. Kommen wir jetzt aber erstmal zum zweiten Teil der Pizza. Also mit dem Dönerfleisch. An sich nicht schlecht vom Geschmack. Aber, was ich auch eigentlich machen wollte, man muss den auf jeden Fall kleiner schneiden. gиков, hast du nach innen. Alle Einholungsteil72 Maden factory wird nicht mehr satisfetzt. Ich weiß, wie du sonst eine Pizza ungereden sei. Also nicht, wer die weltweiten raus advisory יודע,이를 sagenəaaaa für dich kann. Find da auch ein Brüge für kleine Z00 zu respondern born. Fisch. Es ist jetzt der nächste Tag und da ich gestern nur zwei Filme geschaut habe und ich eigentlich noch mehr schauen wollte machen wir das jetzt einfach jetzt und wir setzen jetzt einfach weiter fort Es ist gerade 9.21 Uhr heißt wir schauen jetzt erstmal noch weiter ein oder zwei Filme Ich zeige euch mal Ich war letztes Mal einkaufen Hier habe ich das ein oder andere auch für Thanksgiving schon mal hier Ja Ich zeige euch mal Das war's dann mit dem Tag Ich wollte euch aber trotzdem noch von dem Tag davor also vor dem ersten Teil des Videos zeigen was ich da als Outfit an hatte Ich zeige euch mal